Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Ankündigungsfolge zu Secret Neighbor. Endlich ist das Multiplayer-Game von Hello Neighbor da. Und ich dachte mir, da ich heute ja unterwegs bin, schauen wir einfach mal in einem kurzen Video mal rein, was das Ganze so zu bieten hat und mal gucken, vielleicht schaffe ich ja heute sogar noch einen Stream. Also unbedingt mal reinschauen und gar nicht lange rumgeredet. Leertaste gedrückt. So. Wir können uns hier einen Charakter erstellen. Ich habe eben schon mal ein bisschen drumherum gebastelt. Ihr seht hier, wie wunderbar ich doch aussehe. Wir können uns auch... Oh mein Gott. Es sieht wunder... Gibt es keine weiblichen Gesichter? Oh Gott, nein. Ich glaube, ich bleibe so dabei. Und hier so... Vielleicht noch mit der Cap. Oh mein Gott, ich sehe voll schlimm aus. Keine Mütze. Ja, ich sehe ungefähr so... Scheiße, sieht das aus. Äh, vielleicht eher so. Oh Gott. Naja, egal. Bleiben wir so. Wir gehen direkt mal in ein Quick Game. Ihr seht ja meinen Fabi-Charakter. Wir suchen mal eine Runde. Und... Ich klicke mal auf Ready. Es wird zu 6 gespielt, wie ihr seht. Einer davon wird dann wahrscheinlich der... Uh. Der schaut auch cool aus. Mit der Maske. Ähm, einer wird dann auch wahrscheinlich der Nachbar werden. Was man aber auf jeden Fall auch schon sagen kann, was ich von den ersten Anschau-Sachen mitbekommen habe, ist, dass es jetzt hier für Halloween specialmäßig jetzt erstmal die Alpha ist. Also die Early, Early Alpha. Ihr könnt euch auch über den Link, den ich euch in die Beschreibung gepackt habe, könnt ihr euch für die Alpha registrieren. Und dann mal gucken, ob ihr vielleicht auch noch reinkommt. Und ja, wir suchen gerade noch. Und wir suchen... Ich glaube, ich mache jetzt einen Cut hier, bis wir in die Runde reinkommen. So, und damit haben wir finally eine Runde bekommen. Es geht ins Spiel. Geht eigentlich normalerweise recht fix. Weil natürlich einige jetzt gerade das Ganze testen wollen. Ist persönlich meine erste Runde. Also ich bin gespannt, was wir machen können. Meine Erfahrungen... Naja... Es sind nur aus Hello Neighbor. Deswegen mal gucken, was wir hier alles machen können. Oh mein Gott. Find all keys, open the doors. Ist der Sound vielleicht ein bisschen leise? Okay, die Taschen haben wir hier. Okay. So. Hier ist also das Haus. Also er spielt anscheinend ein anderer, den... Den Jäger. Oh mein Gott. Eine Puppe. Oh mein Gott. Ich habe eine Puppe. Ich würde gerne meine Taschenlampe mitnehmen. Ich nehme lieber den Panzer mit. Ich nehme lieber den Panzer mit. Nee, ist nicht dekoriert. Nee, ist nicht dekoriert. Oh scheiße, 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 scheiße. Was habe ich getan? Warum habe ich gehoopt? Am besten glaube ich, mache ich immer die Türen wieder zu. Oh, er hat... Oh, er hat eine Karton. Oh nein. Ich erinnere mich an diese Achterbahnsache. An sich ist das vom Spielprinzip her ähnlich wie in Freitag der 13. Also man sucht halt so diese... Die Sachen, um zu entkommen. Oh, Blumen. Ja, ich hänge hier an den Blumen. Wo ist denn der... Der Nachbar? Was war das? Ein Hammer. Wo hat der denn die Knarre her? Wo ist denn eigentlich die Türen, die wir öffnen müssen? Okay, hier können wir uns verstecken. Können wir uns auch in deinem Bett verstecken? Okay. Oh, oh, oh. Ich weiß nicht, wo der Nachbar ist. Hier ist direkt die Garage darunter. Also ich glaube, wir suchen... Diese Puppen. Wir sind halt echt klein. Crow marks the key. Da oben. Ah, das heißt, mit der Zeit wird das für die Spieler leichter. Das heißt, ein Schlüssel ist über uns. Das ist natürlich eine coole Sache. Wir haben gewonnen. Lol. Ähm. Was? Wow, das war eine saukurze Runde. Ich würde machen einfach nochmal. Pss. Wow. So, damit willkommen zur zweiten Runde. Ich habe genauso wenig Ahnung wie in der ersten Runde. Deswegen, äh... Mal schauen. Wir haben jetzt... Ah, da unten sind die Schlüssel vor dem Zimmer. Ah, ich sehe. Ah! Was war das denn? Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich bin voll toll. Wir schmeißen sich gegenseitig mit Sachen. Okay. Die Kinder drehen voll durch. Okay, 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 okay. Wo ist der Nachbar? Oh. Hm. Ich bin mir gar nicht so gewohnt bei Hello Neighbor, dass der Nachbar nicht so penetrant hier die ganze Zeit um einen rumrennt. Ist das da ein Schlüssel? Ne, das ist eine Banane. Diese Banane wird mich beschützen. Wenn der kommt, dann schmeiß mir die Banane nach ihm. Die Kree hat den Schlüssel markiert. Da oben. Schnell. Nimm die Banane. Blöde. Oh. Ähm. Wo ist jetzt der Schlüssel? Ich habe die Creme der Banane abgeworfen. Ich habe da oben der Schlüssel. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen hier irgendwie eine Kiste finden. Schnell, 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 schnell. Oh Gott. Schnell, Kinder. Noch ein Schloss. Was hast du? Deine Hand. Oh. Ich nehme sich das Essen. Hä? Was passiert da? Oh. Ist der Nachbar irgendwie nicht da? Aber er war doch vorhin kurz da. Der Nachbar. Der Nachbar ist da. Geh weg von meinem Freund. Geh weg von meinem Freund. Der Nachbar kommt. Geh weg. Geh weg. Oh mein Gott. Er kommt. Oh mein Gott. Er verfolgt mich. Wer hat denn den Schlüssel? Oh nein. Geh weg, bütter Nachbar. Hier haben wir ihn. Oh Gott. Der Schlüssel, der war hier. Oh Gott. Der Nachbar. Ist die Tür nicht eigentlich längst offen? Ne, da oben ist noch ein Schlüssel. Schnell, 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 schnell. Noch eine Etage höher. Wie kommen wir denn nach oben? Hier. Wo ist der? Oh Gott, hat er mich erschrocken. Da. Ja, leider unsere Taschen haben wir irgendwie weggeschmissen aus Versehen. Wie? Noch ein Schlüssel? Mami, Mami, der böse Mann. Hilfe. Ich hoffe, der andere rettet uns schnell. Geh weg. Ich habe ein Fahrrad und ich weiß, wie ich das beendet habe. Pass auf, wir verarschen ihn jetzt. Sock. Yes. Ich habe ihn abgelenkt. Okay. Er spielt sich eigentlich echt genau wie. Ich habe sieben Mal den Nachbarn getroffen und drei. Ich bin ohne Scheiß richtig, richtig, richtig geil. Sehr gut. Ich verabschiede mich hier erstmal für die erste Runde. Wir spielen das auf jeden Fall im Stream. Wenn ihr Bock habt mitzuspielen, seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Ich finde es jetzt schon richtig gut. Und freue mich auf mehr davon. Und bin gespannt. Und übrigens, MVP Fabi. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020